Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ich würde euch gerne heute zeigen, wie man alte Computerspiele unter Windows 10 spielen kann. Oftmals hatten wir das Problem, dass ältere Spiele andere Voraussetzungen haben. Entweder ist es für DOS oder ist es für Windows 2000 oder Windows XP oder Windows 95, 98 etc. Die Systemvoraussetzungen laufen da nicht mehr. Auch der Kompatibilitätsmodus hat seine Grenzen. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man das trotzdem die alten Spiele spielen kann, ohne sich gleich einen alten Computer nochmal anschaffen zu müssen. Da gibt es zum einen das Defend Reloaded. Das ist sozusagen ein Programm, mit dem man alte DOS-Spiele spielen kann. Dahinter verbirgt sich die DOS-Box, falls ihr es schon kennt, aber ohne das umständliche Konfigurieren. Das heißt, Defend Reloaded ist kostenlos, beinhaltet praktisch auch diese DOS-Box. Und ja, wenn man das Programm öffnet, kann man sozusagen dann mit Hilfe eines Assistenten, wenn man hier auf Profil klickt, eines Assistenten, einfach das DOS-Spiel bequem hinzufügen. Also hier gibt es die Option hinzufügen mit Assistenten. Genau. Hier klicken wir einfach auf Weiter. Dann sucht man sich den Ordner, wo das DOS-Programm sich befindet. Das ist bei mir jetzt unter Downloads, DOS, nehme ich jetzt mal Jack-Chess-Rabbit. Genau. Und nehme, wähle hier das zu startende Exit-Datei, die in DOS gestartet werden soll. Man hat hier noch die Möglichkeit, falls vorhanden, das Setup-File dazuzufügen, falls es vorhanden ist. Wenn nicht, muss man nicht. In dem Fall ist es hier, gibt es noch mal eine Setup-Exe. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, dann klicke ich auf Weiter. Und dann hat er schon automatisch erkannt, dass hier Jazz-Jack-Rabbit da drauf ist. Und wenn ich jetzt mit Doppelklick starte, dann öffnet er mir das in einem DOS-Fenster, wo er DOS emuliert wird und ich kann es spielen. Und so kann man die ganzen Spiele, im Prinzip hier die Profile ablegen und kann es spielen. Es gibt auch noch eine schöne Zusatzfunktion. Man kann hier auch Screenshots im Prinzip machen. Wenn man STRG F5 drückt, werden automatische Screenshots abgelegt. Das sind dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob JPEG-Dateien oder ein anderes Bildformat. Auf jeden Fall eins, das man dann auch umwandeln kann. Ein gebräuchliches Bildformat. Videos kann man auch aufnehmen, indem man hier STRG ALT F5 drückt. Das ist auch ganz praktisch. Natürlich könnt ihr auch mit anderen Programmen den Bildschirm aufnehmen. Gut, das ist die eine Möglichkeit, um DOS-Programme zu starten. Man kann auch noch einstellen, ob im Fenster oder Vollbild, völlig egal. Man kann dann auch noch ein Joystick mit hinzufügen, wenn man mit Joystick spielen möchte. Also es ist ganz praktisch für alle DOS-Spiele. Genau. Wenn man dann schon Windows-Programme spielen möchte, gibt es die Möglichkeit, die VirtualBox runterzuladen. Auch das ist Freeware, also kann man sich ganz legal runterladen. Ich muss allerdings dazu sagen, bei der VirtualBox braucht man noch die entsprechende Windows-Installations-CD. Also die VirtualBox emuliert sozusagen nur den Windows-Rechner. Und man kann dann durch eine Installation im Prinzip, kann man dann alte Windows-Systeme installieren. Man klickt dann hierzu einfach auf Neu und kann dann auswählen. Man kann sogar Windows 7 noch installieren. Gut, das ist Quatsch, weil die meisten Windows-7-Titel sollten auch unter Windows 8 oder Windows 10 laufen. Ich spreche hier von wirklich Windows-Systemen, die zurückreichen. Also hier, es gibt Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 1.e und so weiter. Das wählt man dann an. Zum Beispiel Windows 2000 habe ich jetzt mal genommen für, na, ich sag schnell, Alarmstufe Rho 2, Command & Conquer. Das sind die Voraussetzungen Windows 2000. Und ich hatte noch eine Windows 2000 Installations-CD im Original. Genau, das heißt, ich gehe dann das hier, klicke dann hier drauf, kann das auch noch Windows 2000 nennen. Klicke dann auf Weiter und kann dann im Prinzip die voreingestellten Dinge schon nehmen, weil er das, genau, ich erstelle da noch eine Festplatte. Das heißt, eine Größe von 4 GB erzeugen. Wenn ich auf Erzeugen klicke, dann startet sozusagen das Neue und dann wird praktisch vom CD-Laufwerk gebootet und kann innerhalb dieses Fensters dann mein Windows 2000 installieren, sofern ich eine Windows 2000 Installations-CD habe. Selbst gilt natürlich auch für, also wenn man XP installieren möchte, eine XP-CD und so weiter. Wichtig ist, dass die CD bootfähig ist, also ab Windows 98 bis Windows 98 SE waren sie alle bootfähig. Bei Windows 95, da muss man aufpassen, da gab es die Varianten, ich glaube, A, B und C. Und ich glaube, erst Windows 95 C konnte von CD aus booten. Mit bootes Kette ist schwieriger, weil man kein Scalabon mehr hat. Aber ein schönes altes Windows 98, Windows 98 SE oder 2000 oder XP kann man sich natürlich dann kaufen oder wenn man es noch hat, dann verwenden und das da drin installieren. Jetzt wenn ihr sagt, oh Mist, ich habe kein altes Windows mehr, wie gesagt, guckt mal bei eBay Kleinanzeigen, bei Spock, bei Amazon. Genau, da gibt es manchmal echt für wenig Geld noch eine Installations-CD. Und das Schöne ist, man kann dann wirklich da drin alle Systeme installieren. Man kann nicht nur Windows-Systeme installieren, man kann auch mal andere Systeme ausprobieren, bevor man sie tatsächlich, also in der VirtualBox, bevor man sie tatsächlich auf dem Rechner installiert. Also es geht auch, ihr habt gesehen, nicht nur Windows, es gibt auch Linux, es gibt IBM, das OS2, Solaris und innerhalb auch verschiedene Systeme, die man dort installieren kann. Wie gesagt, Voraussetzung, dass man eine Installations-CD hat. Und innerhalb dieses Systems kann man dann eben auch ganz normal seine alten Windows 2000 Spiele oder Windows 98 Spiele oder Windows 95 Spiele installieren und spielen. Noch eine Variante für klassische Adventure, also für Monkey Island, Day of the Tentacle, Manic Mansion, Zack McCracken, Simon the Sorcerer, etc. Indiana Jones, gibt es GAMVM, da kann man, auch das ist kostenlos, da werden die Spiele sozusagen emuliert. Da geht man auch einfach auf Spiel hinzufügen, wählt es aus, wo es auf der Festplatte liegt. Und dann wird sozusagen, sofern es unterstützt wird, genau, dass das Spiel dann emuliert. Aber es ist rein für Adventure eigentlich. Also ihr seht hier gerade, ich habe hier Day of the Tentacle, Simon the Sorcerer und so weiter, G-Klassiker, Zack McCracken. Genau, und es geht sogar Amiga-Versionen, gehen hier auch. Genau, Scrum4M ist aber zum Spielen ganz okay, wenn man Let's Plays machen möchte, sollte man, wenn es ein DOS-Spiel ist, das eher eben mit der DOS-Box beziehungsweise mit dem Defend Reloaded machen. Wenn es ein Windows-Spiel ist, also Windows 95, 98, 2000, XP, etc., sollte man es mit der Visual Box machen, weil dann funktioniert auch FRAPS. Also Scrum, VM und FRAPS ist ein bisschen haarig, funktioniert nicht immer so gut. Okay, ich hoffe, ich konnte euch helfen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!